Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Pokémon Purpur. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Pokémon Purpur. Ja, das eine Storyupdate, das ich letztens mal angesprochen hatte, ist jetzt endlich rausgekommen. Also es hat nix mit Kitakami, mit Ugapod oder in der Terrapago-Story irgendwas damit wirklich zu tun. Aber es gab noch ein finales Update. Warum sage ich übrigens final? Weil kein weiteres Update geplant ist, soweit ich das weiß. Falls doch, dann hört ihr da ja was von mir. Aber soweit ich weiß, letztes Update, Kai hat mir auch genannt, dass das nicht besonders lang geht. Also er hat mir da schon geschrieben, eine Stunde, anderthalb hat er ungefähr gebraucht. Also kann es ja nicht sonderlich lang sein. Und im Übrigen, Kai hat mir auch die zwei Paradox-Pokémon jetzt endlich schicken können. Einmal vorübergehend, damit ich die letzten zwei Einträge habe, die für den Pokédex relevant sind. Ich weiß, dass beispielsweise ja Windewoge und so weiter ja auch Einträge haben, aber sie sind für den Pokédex nicht relevant gewesen. Das wollte ich nur nochmal erwähnen. Im Übrigen, ich starte deswegen hier im Menü, weil ich nicht wusste, ob wieder eine Sequenz getriggert wird. Aber bisher war es immer so. Also denke ich mal, wird es hier auch so sein. Okay, äh, 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 Leute. Ich habe jetzt hier in einer halben Stunde Längen rumgerät, sind wie zum Geier ich jetzt das Trigger, weil bei mir hier sich nichts aktiviert hat und habe Kai angeschrieben, der hat mich aufgeklärt. Also, ich muss über Online-Dienst jetzt ein Geheimgeschenk abholen und dann mit irgendeinem Plüschvieh in Kitakami reden. Hier, die mysteriöse Filsif-Beere. Dann gib mal her. Ich war mega verwirrt. Ich hatte keinen Leitfaden irgendwie dazu, nichts. Deswegen habe ich jetzt meinen Kollegen angeschrieben, wie zum Geier ich das Trigger. Weil er hat das ja schon durchgedattet. Ja, die TM, die hier drin ist, die habe ich schon geholt. So, und jetzt weiß ich, dass ich nach Kitakami muss. So, hier müsste irgendwo ein Laden sein mit einer Plüschfigur. Den suche ich jetzt gerade. Ja, es gibt ja nur den einen Laden hier, ne? Aber der will halt nichts von mir. Ach, aber das Plüschding selbst ist was. Okay, jetzt triggere ich das, was ich die ganze Zeit triggern will. Ja, es war klasse. Klar, komm ruhig vorbei. Okay, dann weiß ich ja jetzt, wo ich hin muss. Das Plüschding ist weg. Okay. Die Mo-Mo-Manie? Warum erinnert ihr mich das gerade irgendwie so massiv ans Platoon? So, wartet Leute. Bevor wir jetzt nach irgendeinem Hause reisen. Äh, falscher Pogelix. Erstens kann ich das hier abholen. Okay. Habe ich nochmal ein Meisterball für bekommen. Zum einen wollte ich das abholen. Und zum anderen, hier, diese beiden Pokémon sind die letzten. Einmal Keilflamme und Furienblitz. Die sind nur Karmazin-Only und ich brauchte meinen Kollegen, damit ich drankomme. Eigentlich von uns beiden hat keiner Karmazin. Aber Kai hat zwei Spielstände und hat dann da so ein bisschen übergetauscht, so über Pokébank und Online-Leuten. Und so sind wir an die Pokémon gekommen. Also hier haben wir als erstes Keilflamme, das Paradox-Pokémon. Es ähnelt einem fragwürdigen Pokémon, das von einer esoterischen Zeitschrift als ein aus einem fossil wiedererwecktes Endteil bezeichnet wurde. Und Furienblitz. Es ähnelt einem Vorfahren von Raikou, der kurzgesprächsthema Nummer 1 war, nachdem eine esoterische Zeitschrift über ihn berichtet hatte. Ich finde die Einträge von den Paradox-Pokémon trotz allem eher lame. Also, die wirken auf mich nicht besonders. Weil aus der Vergangenheit steht da immer esoterische Zeitschrift und bei den Zukunftsviechern steht halt hier rätselhaftes Objekt aus einem alten Buch meistens. Deswegen finde ich die nicht besonders. Aber cool ist Keilflamme auf jeden Fall. Raikou kann einem leidtun, was aus ihm früher geworden war. Wenn das Pokémon was sieht, dann bravo. Ich würde nichts mehr sehen mit so einer Wolke, die genau vor meiner Nase die ganze Zeit hängt. Aber ja, damit habe ich den Eintrag hierdurch. Alles, was nach 240 kommt, ich will es nochmal erwähnen, gilt nicht für diese Komplettierung da unten. Also, man hat da extra Einträge für die ganzen Legendären, die den Legendary Hunt, den wird es demnächst noch geben. Dem gibt es dann nach dieser Extra-Story. Aber die zählen nicht zum eigentlichen Pokédex. Bevor ich jetzt nach Hause renne, einmal kurz zur Blaubeer-Akademie und wir holen uns noch ab, was es dafür gibt. So, ich kann jetzt hier was abholen. Hallo, Herr Direktor. Die Kamesinviecher, das war fies. Einen Zeichen-Pin? Mysteriöse individuelle Glückspinne, der die Wahrscheinlichkeit erhöht, Pokémon zu finden, die über ein Zeichen verfügen. Ach, ganz gut. Das tut es gut. Danke Ich glaube nicht So das wollte ich nur eben kurz abholen Äh Die DLCs die werde ich übrigens Nach Ende dieses hier Auch mal bewerten Leute also falls ihr euch Dann interessiert welches jetzt am besten Und welches ich am schlechtesten fand Auch im Vergleich zur Hauptstory Ich meine ich hab das schon beim Therapagos Teil mehr oder weniger getan Also beim Part Aber ich will da nochmal richtig drauf eingehen So wir sehen uns dann vor meinem Haus Ich will mal kurz anmäkeln Ich durfte mich nicht zu meinem Haus Teleportieren bzw. hinreisen Das fand ich jetzt mega fies Ich hab übrigens jetzt auch das Gute Fliegen mittlerweile Oh meinem Haus ist eine TM Hab ich nie eingesammelt Na meine drei Freunde Ach ist doch vollkommen in Ordnung Das ist völlig okay Wie gibt's sich Mühe meine Mutter? Eigenwerbung Eigenwerbung Gute Gute'll 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 Gute". Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, ein guter Freund von mir, der eine Akrofaser hatte letztens Ob die jetzt aufeinandertreffen, meine Freunde? Ah, ist ein Freund Oh, das klingt gut Wo sind die Snacks? Achso, hat Cosima schon alle verputzt Nebenbei, hier bei dem DSC werde ich die Folgen ein kleines bisschen länger machen Damit wir recht schnell damit durch sind Warum kommt hier nicht alle mit? Nee, ich glaube, ich lade euch gerade ein Ja, ich werde aber vorher Den Charakter umziehen, weil ich will nicht in der Schuluniform dahin Wir doch nicht Bestimmt ist das erste, was ihr macht, uns wieder zum Kampf herausfordern Alles? Das ist das erste, was ihr macht, uns wieder zum Kampf herausfordern? Um kurz nochmal auf die Länge drauf zu gehen Also, ich habe vor, die Parts zu diesem DSC so ungefähr mindestens eine halbe Stunde lang zu machen Wie gesagt, damit wir es schnell durch haben Weil es geht nicht besonders lang Irgendwie habe ich jetzt erwartet, dass Neville direkt losrennt und sich Pokémon zu fangen Und dann wir mal auf die Länge drauf zu machen Und dann geht es, was ihr macht, uns wieder auf die Länge drauf zu gehen Und dann geht es, was ihr macht, uns wiederum Und dann geht es, was ihr macht, uns wiederum Ach, nach Möglichkeit tue ich gleich Ogapon nochmal, mein Team. So, Ogapon direkt an die Spitze gepackt. Ich glaube, den ersten Part werde ich so gut wie gar nicht im Bilde sein, Leute. Aber wenigstens war ich für die Anbote im Bild. Der ist mein Kumpel. Hallo. So, wir können uns sehen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 hat alle Spaß beim Zusehen. Wenn ja, abonnen, like da lassen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!